Dann ist es nämlich so schön Privatsphäre-mäßig, nicht, dass so Paparazzi am nächsten Strand geht und mit Optifine einmal ranzoomt. Und ich bin ja echt miesvergesslich, was wollte ich denn sagen? Ach ja, Texture Pack. Ähm, ne, also mit Brain und so. Dies, das, bei dies, das sind wir schon beim richtigen Stichwort. Und zwar, ne, mein, äh, Real-Life-Kanal, Döners Welt, ist auch in der Beschreibung verlinkt, wenn ich es nicht, nein, das vergesse ich nicht, da denke ich, da, da denke ich richtig dran, ähm, den zu verlinken. Und zwar, wenn ihr, der ist überhaupt, der ist eh immer verlinkt, glaube ich, wenn man ein bisschen runterscrollt, ne. Die meisten von euch lesen die Beschreibung ja nicht, manche lesen sie und die, die lesen, die lesen dann auch immer gleich die Tags. So, zum Beispiel Manuel 13, ähm, sehr kompetenter Zuschauer, nebenbei gesagt. Und, ja, mal, also jetzt zu, dies, das Stichwort. Und zwar, letztes Wochenende kam ja leider, leider, leider kein Video auf Döners Welt. Ich hatte mir das fest vorgenommen, aber dann dachte ich mir so, mmh, erst mal, äh, war das immer so die Frage, sollte ich jetzt aufnehmen? Ah, mach ich morgen und dann war schon Sonntag und dann, äh, ja, war das Wochenende wieder vorbei. Aber das kommt jetzt auf jeden Fall, dieses Wochenende, muss es einfach klappen, muss es einfach. Ähm, und zwar hatte ich mir da auch schon was vorgenommen und zwar, ich frag da einfach mal so ganz, so ganz unverbindlich, frage ich euch, ja. Ja, wenn ihr hört, dass eine Sendung, die praktisch wie ein Vlog aufgebaut ist, so in der Art, so ganz grob, ne. Kein Billig-Vlog, also nicht so, wo man völlig ohne Plan irgendwas labert, aber in der Art eigentlich schon wie so ein Vlog. Und der Titel der Sendung ist Döners, dies, das. Was? Was für Elemente erwartet ihr in so einer Sendung, die vielleicht, weiß ich, pro Folge vielleicht so drei, vier Minuten lang ist und einmal in der Woche erscheint oder so, ja. Irgendwann, seid, seid kreativ. Was für Rubriken sozusagen oder was soll ich in so einer Sendung, was sollte ich da machen? Schreibt es mir unten in die Kommentare und dann lese ich mir das durch und Sachen, die mir gut gefallen oder Sachen, die euch gut gefallen, wenn nicht schon jemand geschrieben hat. Entweder ihr schreibt sie nochmal oder ihr gebt dem Kommentar von demjenigen einen Daumen nach oben, ähm, damit ich weiß, was für Elemente denn da euch wirklich gut gefallen würden. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja schon mal Döners Welt abonnieren, wenn nicht last ist, aber ihr werdet auch rechtzeitig erfahren, wenn da ein Video kommt, ne. Keine Sorge, ich zwinge euch hier auch zu, ich zwinge euch hier auch zu gar nichts. So, auf jeden Fall, da habe ich echt, da habe ich so, so Lust drauf und ich ärgere mich richtig, dass ich das letztes Wochenende nicht geschafft habe, aber vielleicht ist es ja eine gute Entscheidung gewesen, weil dadurch kann ich dann ja nochmal hier euer Feedback einholen, was ich da genau für Sachen, ähm, machen sollte, beziehungsweise was euch besonders gut gefallen würde. So, ihr seht hier schon, ich baue einen Strand hoch und gleich kann ich wieder den ganzen Bambus kaputt machen, aber der Strand hier vorne ist auch schon relativ gut. Und soweit ich weiß, ne, hier, Bambus wieder weg alles so, aber keine Sorge, der kommt gleich wieder ran. Dann ist es nämlich so schön Privatsphäre-mäßig, nicht, dass so Paparazzi am nächsten Strand steht und mit Optifine einmal ranzoomt und irgendwelche Nacktfotos von mir macht, wenn ich mich da so sonne, weil da kommen gleich richtig schöne Sonnenliegen nochmal hin. Und, ähm, aber wohin laufe ich denn jetzt hier erstmal? Ich weiß auch nicht, gleich glaube ich aus den, ach so, jetzt habe ich mir gedacht, das sieht doch eigentlich nicht so geil aus mit diesen Teilen, ne, mit dem, äh, wie heißen die, mit den Stone Slaps da so an der Seite. Und dann mache ich mir mal, wo, wo, der Junge, da ist schon wieder so ne, äh, hier, Skelett einfach reingelaufen und ich weiß immer noch nicht, wo der gespawnt ist. Mir wurde ja auch schon in den Kommentaren gesagt, ich solle mal die Schwierigkeit hinabsetzen auf, ähm, hier, ja, hier, äh, nicht die Schwierigkeit, die Helligkeit hinabsetzen, damit ich erst die richtig dunklen Stellen sehe. Aber, trotzdem, wo ist denn das hier so dunkel? Oder der ist vielleicht auch von irgendwo reingelaufen, ich weiß auch nicht. Ich muss das endlich hier alles schließen und mir wurde auch in den Kommentaren jetzt schon zweimal, ich weiß nicht, ob vom selben war, geschrieben, ich soll hier, hier rechts gerade eben, die Glasscheiben mit, mit Glas, äh, mit, die Glasblöcke mit Glasscheiben austauschen. Und ich habe es noch nicht gemacht, aber ich sollte, schreibt mir sonst noch mal in die Kommentare, ich hoffe, ich erinnere mich dann in der nächsten Folge daran, das endlich zu machen. Und was tue ich denn gerade hier? Da gucke ich, aber es wird, glaube ich, extra so lange gewartet, damit ihr auch genau seht, ähm, wie das aussieht, weil ich dachte, ich spiele das vielleicht mit noch höherer Geschwindigkeit ab und dann seht ihr es nicht, ne? Das heißt, ich habe schon während der Aufnahme dran gedacht an euch, dass ihr das sehen könnt. Vorbildlich von mir, muss ich sagen, vorbildlich. Da bin ich ja selber von mir schon fast erstaunt. Und überhaupt, ihr könnt mir auch mal schreiben, wie ihr hier den schicken Fernseher findet. Auf jeden Fall da, wo ich jetzt praktisch gerade stehe. Also zwischen dieser Sandstone-Bank und dem Fernseher. Soll da ein Teppich hin und wenn ja, welche Farbe? Rot oder Blau oder, äh, Grün passt da wohl eher nicht so für den Teppich. Aber, wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt sie mir und dann packe ich das da hin. Und wir sind jetzt auch schon, glaube ich, bei Folge 89 müsste das dann gerade sein. 89, muss man sie mal vor Augen halten. Seit 89 Folgen läuft diese Staffel. Und ich meine, das war ja vor über einem halben Jahr mit, oder? Ja, ich glaube, ein halbes Jahr kommt gut hin. Das war ja, als 1.8 rausgekommen ist. Ist echt eine lange Zeit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dass ich so lange durchgehalten habe und beziehungsweise ja noch weitermache. Aber dass die Staffel hier schon so lange dauert. Und dafür ist es auch ganz schön, ja, beharmlich. Dass ich immer noch nicht viel mehr als dieses Haus hier geschafft habe. Aber gut, wir waren ja auch immer lange auf Expedition. So hier in der Höhle, in der Höhle da. Ja, dann waren wir in der XP-Farm. Und wir haben noch nie was enchanted. Das ist auch heftig, ne? Dass wir in der XP-Farm so eine heftig geile XP-Farm gebaut haben und trotzdem noch nichts enchanted haben. Das ist auch heftig. Aber hier neben, so hinter diesem Schlafraum praktisch, also nicht in die Richtung, die ich jetzt gehe, sondern in die andere Richtung, da kommt ein schöner Enchanting-Raum hin. Und der so komplett von Büchern einfach nur eingefasst ist. Und da, ähm, versuche ich dann auch nochmal einen heftigen Zeitraffer zu machen, dass ich mir irgendwas, also wenn es nur eine Sache ist, dass ich mir irgendwas auch nochmal entschaute. Und hier mache ich nochmal gerade effektive Sand-Farming. Natürlich nicht so effektiv, weil natürlich Wassereinbruch kommt. Aber hier die unterste Schicht, dachte ich mir, muss ja nicht mit Sand gefüllt sein, sondern das mache ich mit Erde, ne? Das ist ja, der Döner macht da wieder einen auf Klug ab. Pass auf, ich fehl dann natürlich auch gleich. Ich weiß nicht warum. Achso, und jetzt da Sand drauf. Und jetzt mache ich Sand weg. Dann muss ich ihn wiederholen und dann muss ich mich wieder hochbauen. Das ist, das ist so unnötig. Und jetzt fällt der Sand runter und ich gehe wieder runter, glaube ich. Ja. So, und dann wieder hoch und ja gut, jetzt, jetzt hat er es geschafft. So. Und ich glaube, jetzt, jetzt fange ich auch, jetzt denke ich, glaube ich mir gerade so, hm, nur so Sand so, das ist ja noch ein bisschen langweilig. So, da muss noch irgendwie was hin. Und dann, ähm, ähm, überlegt, getan. Ich glaube, hier mache ich das auch noch ein bisschen breiter, würde ich zumindest vermuten. Und dann hole ich mir hier direkt nämlich mal, was brauche ich denn dafür? Für, ähm, Holz und Holz und Holz. Ach ja, ich hole mir, ähm, Holz, äh, wie heißen die Teile hier? Holzlabs, also Holzhalbsteine und Holztreppen und mache mir da auch schön zwei Liegestühle. Und dann mache ich mir auch noch mit Holztreppen einen schicken, miesen, geilen, tollen, bevor erst mal holze ich hier noch ein bisschen Essen ab und dann noch Kürbisse. Und dann, ähm, dann mache ich mich da ans Bauen der schönen Liegestühle. Und danach fasse ich den Strand dann auch so schön ein. Und dann packe ich da dann auch gleich, und was mir gerade eingefallen ist, wo wir hier gerade in der Küche waren, das wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, aber ich habe es leider nicht gemacht in der Folge hier, einfach mir einen Hebel zu craften, den ich dann da hier nochmal an das Wasserbecken hier im Bad rechts rein tue, damit ich da einfach einen Hebel habe. Weiß nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe, aber das ist ja was Simples, das kriege ich ja hin. Und das mache ich hier natürlich eine viel zu lange Liege, aber dann merke ich doch, dass ich mir noch die Treppen holen muss, aber finally habe ich das ja hinbekommen. Und jetzt bin ich vollkommen desorientiert. Was mache ich denn da gerade? Dreh mich hin, her, hin, her. Wo war nochmal Holz? Hm, da ist ja ein Holz über der Kiste, aber da ist bestimmt nicht Holz drin. Auf keinen Fall, nein. Und drehe mich da nochmal um. Ja, und jetzt? Was macht denn jetzt gerade? Zwischendurch habe ich vielleicht nochmal Musik geändert. Das ist auch sehr chillig, weil man jede Musik hören kann, auch Copyright, nicht freie Musik kann man hören, während man, wenn man Timelapse macht, wenn man das dann danach einfach ausschalten kann. Das ist auch sehr chillig. Ich bin die Musik von Papa Fjord auch schon fast light, nicht weil die schlecht ist, sondern weil ich einfach schon zu lange gehört habe. Also für die neue Staffel mache ich mir auf jeden Fall eine Playlist, sprich, bzw. zwei oder drei Playlists mit verschiedenen Richtungen. Also mache ich mir so eine schöne Bau-Playlist oder eine Höhlen-Playlist, das auch irgendwie thematisch passt. Und da mache ich dann auch die Stücke so, dass sie von Lautstärke her passend sind und ein paar Stücke sortiere ich aus und ich hole mir noch ein paar dazu. Und überhaupt, wenn ihr da Ahnung habt, wenn ihr irgendwo irgendwie Copyright-freie Musik, also Musik, die man auch kommerziell verwenden darf, kennt, und am besten, ich hatte irgendwie so Bock auf chillige Gitarrenmusik, also so ganz einfache, nichts Besonderes, einfach nur instrumental, so ein bisschen gitarremäßig so chillige Vibes, dies, das, wie man das so nennt, ne? In der Hot... Übrigens, wenn ich das jetzt schon wieder so sage, das erinnert mich daran, mir wurde in die Kommentare geschrieben, ähm, ich weiß nicht, bei welcher Folge, Ghetto-Opfer, einfach nur das, nichts anderes, wurde mir einfach nur reingeschrieben, Ghetto-Opfer, und dann hatte ich auch gleich ein Dislike. Also, wenn diese Person, ich glaube es nicht, der, der das geschrieben hat, der es hier noch gucken könnte, danke für diesen geistreichen Kommentar, ja? Ich bin natürlich absolut das Ghetto-Opfer, weil ich lebe in der, in der Hood lebe ich und alles, ne, ist ja nicht so, dass ich hier in irgendeiner norddeutschen, ähm, Kleinstadt zur Schule gehe, und, ne, ne, das ist hier Großstadt Berlin-Kreuzberg, Digga, ähm, ja, das, das fand ich schon funny, so, und jetzt tue ich hier nochmal zur miesen Beleuchtung zwei Glowstone hin, und dann zeige ich das, und dann gehe ich, glaube ich, nochmal ins Wasser, mache mich extra nass für euch, um euch zu zeigen, wie das Ganze praktisch so aussieht, vom hier aus gesehen, natürlich wächst noch der, ähm, die Reeds, die Zuckerrohrteile, aber ansonsten ist diese Folge dann hiermit auch beendet, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und macht's gut, ciao!